was geht leute herzlich willkommen hier zurück bei einer runde minecamp wir sind heute mal alleine weil wir ja keine ahnung bauen möchten und so und gestern ist was passiert was sehr lustiges ist ich glaube ihr könnt es schon sehen ich und damit haben uns ein kleines battle geleistet naja gut sein haus ist weg ich habe es abgebrannt weil er mich geblieft hat und dann biefe ich zurück und jetzt glaube ich bauen wir nicht im ernst oh mein gott jetzt nicht sein boah daros dieser kleine internethuchensohn alter mein haus auch zerlegt alter wo jetzt oder oh mein gott die kisten sind weg ey alles ist alles ist weg alter alles ey nee ol leckt mich am arsch david das gibt beef das gibt noch mehr beef als es gestern schon gab ich finde es irgendwie geil okay gut seine sachen sind auch alle weg deswegen ich glaube wir sind quitt trotzdem david du kleiner internethuchensohn wir sind quitt okay ja aber irgendwann irgendwann kriegst du das noch derbe zurück ich nehme mal das mit jetzt müssen wir moment so hier stein ist auch noch da wir brauchen wir müssen jetzt auf jeden fall das haus neu aufbauen und dann neu farben gehen wir haben gar nichts mehr man scheiße ich hätte das eisen hier drin lassen sollen wo ich gebrannt habe egal wir werden jetzt holz hatten gehen und dann das haus neu aufbauen und ich hab gerade egal scheiß drauf ich nehme einfach so auf wie ich bock habe von der länge her alle die sich jetzt wundern warum das passiert ist es war einfach irgendwie pussy mode wir ein bisschen beef gemacht wir ein bisschen spannung ins projekt machen eigentlich habe ich auch aufgenommen aber in dem augenblick sind so harte beleidigungen gefallen da dachte ich mir nee nee ich lasse dann doch lieber nicht hoch sonst gibt es dazu viel hate auf jeden fall alle die sich jetzt fragen ja wie es weitergeht wir beide bleiben natürlich im projekt wir verstehen uns richtig gut wir haben nur spaß dran ein bisschen rumzutrollen da gibt es auch ein schönes bild im auf facebook da stehen so drei männer im kreis mit der kopf in der unterhose und dann steht da als satz dabei das passiert wenn sich leute beim haten feiern und das sind irgendwie wir wir haben echt spaß dran und sind voll lustig aber gut heute auch mal ohne facecam weil ich gerade erst aufgestanden bin also richtig so übel scheiße aussehe ich bin eigentlich voll geil aber ne heute nicht 38 holz ich hau noch ein bisschen mehr ab ich habe hier gott sei dank die ganzen birken gepflanzt vierter hurensohn nicht abgewandt ne dalus dalus hd ist ein hurensohn so wir klatschen jetzt wieder ganz ganz viele birken hin das ist sicher und zack kommt noch eine hin machen wir hier so ähm dürfte glaube ich reichen ja steht mir ein baum mitten auf dem weg so ich fast reingefallen boah jetzt wenn ich mir recht überlege ich hätte das video nicht löschen sollen ich hätte da ein paar szenen richtig geil rausschneiden können zum beispiel als er meine sachen also meine ganzen wertvollen sachen in der truhe hier verbrannt hat mit mich zu ihm hin habe seine ganzen truhen mit also geleert mitgenommen habe mich da vorne an die lava gestellt habe gesagt david guck mal und bin einfach reingesprungen und er hat gesehen wie sein ganze zeug verbrennt und ist übelst ausgerastet allerdings habe ich jetzt glaube ich auch um die zehn tote weil er mir dann mit einem lavaeimer hinterher gerannt ist und mich gekillt hat ja passiert dann farsching ok jetzt werden wir mal hier alles hochbauen das glas ist gottseidank nicht kaputt zack 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 man lebt nur einmal yolo naja jetzt müssen wir halt ausbaden dass wir verzapft haben und hier ein bisschen aufräumen ich find's immer noch zu geil ey wie wir auch ausgerastet sind bei david sieht so viel schlimmer aus shit ist das geil ich feier das ich feier das so sehr so jetzt machen wir hier noch so hier kommt das toll ben blooms ist dein holensohn entschuldigung ich hab grad voll den ohrbogen davon ja doch hier mach ich zu gesundheit so jetzt machen wir noch das dach fertig da dürften zwei lagen reichen hoffe ich reichen da zwei lagen ich glaube nicht oder ne reicht nicht drei lagen hätten gereicht aber trotzdem toll ben blooms ist ein holensohn voll den ohrbogen davon weil david halt ein holensohn ist gell david ich liebe dich du weißt es doch ne jetzt ernst jetzt fehlt noch eins fuck it sooo da kommt das da noch hin das kommt wieder hier rein ja jetzt darf ich außen halt noch die teile hinhängen ne boah zack jetzt hab ich auch noch boah gott dammit da fehlt natürlich alles da nehm ich die mal mit taben blooms ist ein holensohn ach sorry leute ohne spaß mega der ohrbogen mega der asoziale ohrbogen weiter sack so das haut es wieder fertig fuck ist das scheiße ey heilige scheiße ok ich hoffe das reicht ne natürlich nicht Hurensohn scheiße die ganze decke muss ich neu machen alter alter das scheiße das ist doch mega das ist doch der absolute abfuck alter komm scheiße auf ich hacke jetzt hier noch ein bisschen holz ab ich hab keinen bock mehr jetzt holz zu holen einfach von hier weil wir müssen eh den ganzen boden neu machen also kann man da auch mal drauf scheißen dieser kleine interne trugensohn ey jetzt fehlen mir hier wieder zwei so zack zack gut jetzt haben wir das wieder fertig so jetzt gucken wir mal von außen wo ok alles ok 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 david du hast es nicht anders gewollt zack 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 oh cool es hat genau gereicht ich bin so göttlich geil ich weiß tschuldigung haben wir jetzt noch irgendwie holz ne haben wir nicht ok aber hier können wir uns mal eine Spitzhacke machen weil wir jetzt erstmal Kabel brauchen und wir müssen wieder holz holen leider was geht hier unten jetzt so lol wer war hier wer zum Hacker war hier lol ich war das nicht naja egal Törbeinblums ist alter fuck dieser Ohrwurm na egal scheiße passiert ist passiert das leben geht weiter ihr dürft jetzt in den kommentaren entscheiden was wir als nächstes machen hier weil wir haben ja nichts mehr das haus baue ich jetzt ein bisschen auf ich glaube zu farmen gibt es jetzt nicht mehr so viel die kleine map dürfte auch bald wieder leer sein und ich glaube das wird ziemlich schwer mit den nächsten aufgaben weil wir einfach unser ganzes zeug verbrannt haben und ich hatte schon richtig viel zeug ne auch richtig gutes zeug und einfach sauviel essen das jetzt alles weg ist ey das tut mir richtig weh um das essen und das andere zeug ist mir eigentlich scheißegal aber das essen war so wichtig naja und meine eisenrüstung mein tier schwert egal war eh geklaut so da hätten wir jetzt ein stack dann gehen wir mal wieder hoch ich werde jetzt noch ein bisschen dran weiter bauen und dann folge beenden soll auch nicht zu lang werden ich wollte eigentlich nur ein bisschen gucken was jetzt hier so abgeht aber tut mir einen gefallen hatet niemanden das war einfach nur spaß wir verstehen uns gut und ja keine ahnung wie gesagt entscheidet jetzt in den kommentaren was wir bauen sollen was jetzt passiert so zack 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 mit der seite ist alles gut hier auch nein so mei so das kommt dann noch weg Alter was macht denn hier achso stimmt der hat ja cobblestone zuerst hier reingesetzt der sack ok au jetzt brauche ich mal kurz nen sand einfach nur ein sand ich guck mal ob hier irgendwo jemand sand hat keinen bock jetzt irgendwie weit weg zu gehen hast du sand hast du sand holz stein lol lol hat der viel ich brauche nur ein sand hast du 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 sand ein sand zack zack hast du sand dollbemlons ist ein hollenden Sohn jetzt kann ich nicht mehr rennen so ne scheiße weg damit Die nehme ich nochmal mit für außen. Zack, zack. Zack, zack. Das hier hat hier alles überlebt. Hoffe ich doch. Hat hier auch alles überlebt. Ja, Gott sei Dank. Hat das Teil überlebt. Hat das da unten überlebt. Ja. Gut. Hier hat alles überlebt. Hier natürlich nicht. Scheiße. Jetzt setze ich da noch das eine Sandteil. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch Holz. Ja. Holz. Tolbenblums ist ein Hohlensohn. Und David auch. Okay, dann müssen wir jetzt Holz holen gehen. Denn Holz holen ist cool. Ist überhaupt nicht überflüssig nach so einem Ding. Ich mache jetzt aber nicht mal zu lange. Ich habe jetzt nur von außen zu gemacht, dass niemand mal reinkommen kann. Eine Tür wäre nicht schlecht. Na ja, kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen jetzt halt übelst viel Holz und auch übelst viel Kabel fürs Dach. Aber sonst ist eigentlich alles geil. Alles gut. Alles locker vom Hocker. Alles geschmeidig. Und mit geschmeidig meine ich, dass ihr locker bleiben sollt und nicht die Vorbereitung auf Geschlechtsverkehr. Ihr zweideutigen Mistkerle. Nein, Spaß. Oh Gott, der mit 22 reicht auf keinen Fall. Boah, ey, das kotzt mich so derbe an. Heute Abend. Ja, heute ist das Sonntag. Stimmt. Oi, 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 oi. Doch stimmt, heute ist Sonntag. Heute Abend ist wieder das Event. Vielleicht gewinnen wir da wieder was. Müssen wir heute mal gucken, was da so läuft. Oh, kacke, ey. Das wird kacke. Das wird echt mies. Einen Apfel, endlich. Ich habe wieder was zu essen. Alter. Schöne Sache, schöne Sache. Okay. Hab ich das offen gelassen? Ups. Das ist von Hubi das Haus, ne? Kann das sein? Ich muss ja in meinem Haus auch noch ein Dings hängen. Ein Schild. Ein Schild. So. Okay, was brauche ich jetzt? Das da brauche ich. Einmal. Ein Schild brauche ich. Zack, 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 zack. Und sonst. Erstmal nix. Das Schild klatsche ich hierhin. Machen wir mal kurz. Ist das Teil auch verbrannt? Ernsthaft? Egal. Hier. Wohnt. Extrem verzockt. Okay Dann wollen wir mal unsere Bänke hier so Also Scheiße wie nennt man das jetzt nochmal Na egal LOL Selbst die scheiß Bäume hier sind Abgefackelt Alter Ey Ohne Spaß hier ist ja alles abgefackelt Gut gemacht Daraus gut gemacht Alter Wenigstens die Farm hier ist übrig geblieben Zack Und was tun wir jetzt Müssen auf jeden Fall da rein Und ne Tür machen So Klatschen wir jetzt in die Mitte Und dann machen wir jetzt zuerst mal den Boden Das ist ja eigentlich das Wichtigste Ups Oh Mann ey Das ist so fucking scheiße Ey so viel Arbeit nur Weil man jemand getrollt hat Oder weil man getrollt wurde Also jetzt im Nachhinein kotzt es echt an Aber ich werde es wieder tun Irgendwann Wenn David sein Haus fertig hat Hahahaha Oh die Decke machen wir jetzt noch Und dann Und dann Dann geht's hier weiter So Hier das mache ich auch noch Ich weiß jetzt halt gerade nicht Wie genau ich das hier Gebaut hab Die Treppen muss ich auch noch Oh scheiße Sind wenigstens die Treppen übrig geblieben Ja Hier oben ist auch alles weg Boah fuck it So Dann kommt hier auch noch Äh So Und dann So Oder Nee fuck Andersrum Zack 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 Und jetzt kommt es hier hin Oder Ja ne Und dann kommt hier halt Aua Das Teil hin Da können wir Gleich Noch das hin machen Und dann ist das eigentlich doch so Richtig Oder Ja So ist es richtig Müssen wir halt hier nur noch die Treppe bauen Und sonst ein paar Hurensohn Angelegenheiten machen So Jetzt Tun wir Kohle Zack Zack Okay Hier kommt jetzt was hin So So Okay das ist erstmal Gut so Äh Ja jetzt müssen wir Treppen bauen Die 1 2 3 4 Ich hoffe die 16 Stück reichen Zack Zack Ne sie reichen nicht 100% Zack 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 Oh Gott ich hoffe ich mache das jetzt richtig Zack Aber es reicht noch es reicht noch Gott sei Dank Zack Zack Aber gerade so Ist es richtig Also hoffe ich jetzt mal So Ja 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 Das ist richtig Jetzt brauche ich aber noch was anderes Und zwar Das hier So Die Nicht reichen werden Aber mal drauf geschissen Zack 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 Ja das muss ich jetzt halt irgendwie hinkriegen So Hier wäre jetzt aber auf jeden Fall mal zu Und eigentlich wieder alles eingerichtet soweit Die Decke Müssen wir halt wieder machen Das Dach müssen auch fertig machen Irgendwann Da lege ich nichts rein Sonst fackelt er wieder alles ab Das könnte ich mir aber gut vorstellen Dass der mir gleich wieder alles abfackelt Okay So das kommt da jetzt so hin Das auch Könnten uns eigentlich noch ein Schwert craften So Und eine Schaufel erstmal auch So Gut und dann reicht es erstmal Wenn es euch gefallen hat Daumen hoch geben Wie gesagt Nicht haten War alles nur Spaß Wir verstehen uns gut Daumen hoch würde ich mich freuen Und einen Kommentar Und ob ihr mehr so asoziale Aktionen sehen wollt That's mein Camp Digger Ich bin ein Crafter Holt mich hier raus Tschüssi